Heute üben wir auch mal ein bisschen das passen. Dazu sucht ihr euch wieder Leo eine Wand und nehmt euren Ball mit. Geht zwei große Schritte von der Wand weg. Stellt euch so hin wie Leo, dass ihr die Wand anguckt und passt gegen die Wand. Der Ball tickt zwischendurch einmal auf und dann fangt hinten wieder auf und wirft nochmal gegen die Wand. Wichtig dabei ist, dass ihr die Arme schön durchstreckt. Ihr könnt auch versuchen, wenn ihr ein bisschen mehr Kraft braucht, ein bisschen in die Knie zu gehen und die ganze Kraft aus eurem Körper zu benutzen. Wenn ihr jetzt zehn gemacht habt, dann versucht ihr das gleiche, ohne dass der Ball zwischendurch auftickt. Wenn das noch nicht so gut klappt, könnt ihr auch einen Schritt nach vorne gehen. Wir versuchen immer von unserer Brust aus zu werfen und gucken, dass der Ball auch wieder ungefähr auf Brusthöhe ankommt. Wir machen wieder zehn Stück davon. Hier könnt ihr auch wieder ein bisschen eure Beine mit benutzen. Und das war's jetzt.